Wir haben ja nichts ausgelassen, auch bei der Pressekonferenz kam es zu kumulten zwischen beiden. Herr Engelski hat sich erst jüngst auch wieder Ärger gehabt vor dem Köln-Casino in München. Wieder beide Hände am Hals, jetzt aber im Schwitzkasten, bringt ihn zu Boden, Rambo. Er hat den Mundschutz ausgespuckt, Rev, Rev, der Mundschutz ist raus. Das sieht der Referee, ja, steckt ihn in den Mundschutz wieder rein. In der Position war Rambo natürlich... Jetzt ist dann Ground and Powered Enten. Genau. Und es sind zwei Minuten, also er kann es nicht über die Zeit retten, er muss sich da selber rausbefreien. Sonst ist die Nummer hier rundherum nicht rum. Aber Rambo kommt auch nicht ordentlich durch. Eine Geste, die wir hier unkommentiert lassen. Was ist jetzt los? Boah, aber Engelsgesicht gut gezeichnet, wir sehen jetzt vor. Der Kampf ist vorbei. Engelsgesicht, guck mal wie das anschwillt bei ihm am Kopf, siehst du es? Ja, ich sehe es gerade, an der Augenbraue. Ja. Ja.